So, es geht weiter, Folge 15. Willkommen zurück. Ich habe jetzt mal endlich den Typen besiegt, nachdem ich da so lange rumhantiert habe. Und offenbar gibt es immer noch ein paar Leute, die hier bei Verstand sind. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Da hinten ist ein neuer Gegner-Typ. Hier kann man runterspringen, nehme ich an. Was mir das auch immer bringen sollte. Ach, das ist so ein Typ. Ja, willkommen zurück, Folge 15. Immer noch mächtig Spaß bei dem Spiel. Malgegenot, die Saudi. Feuer! 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 Der steht an irgendeiner blöden Maschine und der ist Sack. Ah, jetzt kommt er runter. Okay, hier geht's weiter, da geht's auch noch rüber. Ach du Scheißendreck. Kann ich die Sack eigentlich selber benutzen? Oh, um Gottes Willen. Jetzt schon wieder überfordert. Ach du Kacke, sind wahrscheinlich jetzt auch neue Gegner. Oder? Blocke mit L, B und R hoch oder runter um hohen oder niedrigen... Was? Ach, das geht auch? Greife nach einer erfolgreichen Block- oder Ausweisaktion. Oh mein, was? Nein, das konnte mal in Lords of the Fallen-Toon immer so schwer. Ich hab mich da richtig schwer getan. Na gut, versuchen wir es. Wahrscheinlich den Typen hier, oder? Hinteres Bein. Hinkes Bein. So hoch. Das könnte unangenehm werden. Was? Was? What the fuck is going on? Autsch Die Typen sind ganz schön stark Das ist so ein Gravitationsding, oder? Muss irgendwie hinter ihn kommen Ich muss hinter ihn kommen irgendwie Autsch Autsch Okay, dass er mich einmal richtig hart erwischt Alter, wie soll man die denn besinnen? Ich glaube, man muss die mal zurückfahren lassen und dann einfach das hintere Bein erwischen, weil die kriegen ja null Damage, die Typen. Okay, das ist interessant. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ich gehe nach Hause. Was geht überhaupt? Nein. Wo war denn der jetzt? Ach, der war da hinten bei den Typen, ne? Ich kann auch leider nicht abkürzen. Da oben ist halt noch irgendwas. Ach ja, da komme ich ja nicht hin. Können wir hier wieder angehen. Ja. Na den! Untertitelung des ZDF, 2020 Was machen wir jetzt? Hör ich hoch! Wenn man den dann nämlich vorher schon angreift, dann ist der... Okay, nicht gut Wo steht denn der gerade? Wo ist denn der lang? Ist das ein einzigartiger Gegner? Kommt der gar nicht mehr wieder? Doch, da ist er Hmm... Hmm... Fuck Alter, wie aggressiv der ist! Jetzt hör mal auf hier! Fuck! Fuck! Kinghan Ah, ne, gepanzerten Ausrüstungsgegenstände Oh, fuck, der Kerl Ah Ah, die Drohne ist schon echt nützlich. Ich will doch mal machen, dass ich die, dass die mehr Schaden macht. Ich glaube, bevor ich da hinten lang gehe, ja, die sind hier überall, um Gottes Willen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die besiegen soll. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hinten lang gucken, bevor ich mich an die neuen Gegner ran wage. Vorher schaue ich mal, wie es zeitlich aussieht. Wir können noch ein bisschen. Sagt ihr auch, nach 15 Stunden ist dann immer noch alles. Was zur Hölle? Na gut, da gucken wir uns gleich oben. Warum ist denn der hier? Oh oh. Nein, da kommt aber immer so ein Scheißtyp angelatscht. Scheiße. 4K wieder in den Hintern getreten. Ich hasse diese Scheiße. Ach, fucking hell, diese Überraschungsmomente. Das ist schon so ein bisschen gemein von dem Spiel. Vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Ah, jetzt gehen wir schnell durch. Level 11 Waffenfertigkeit. Also, da können wir nicht mehr oder andere arbeiten gehen. Ich kann sie einfach mal kurz abieren. Oh, das ist das so. Ah gut, er kann durch die Wände schießen, sonst muss man irgendwas machen. Boah, ist das alles übel. Das Gute ist, ich bin halt relativ schnell wieder hier. Jetzt bin ich wieder bei meinem guten alten Freund. Okay. Oh, Gott sei Dank. Man kann hier halt auch gut anlocken, ne? Ich habe den rechten Arm. Ah, stimmt. Hier oben habe ich ihn verloren, glaube ich. Ah, der ist halt voll gepanzert, außer am Kopf, ne? Ah, dann holen wir uns unser Zeug wieder. Da kam der Typ raus, hier ist unser Zeug. Vielleicht, wenn ich sie abtrenne. Er gibt nicht Stoff. Boah, ist ja gut, Mann. Alter, ich unterschätze ihn immer so hart. Das gibt es doch nicht. Okay. Ich werde ihn nicht mehr unterschätzen. Na gut, ich mache mal hier einen Cut. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Dann hole ich mir mein Zeug endlich wieder, hoffentlich. Und dann muss ich die 6K mal auf die Bank bringen, glaube ich. Als nächstes. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschö.